Ab Mittwoch laufen die Wollnys wieder auf RTL 2. Das ist wohl der Grund, warum die Familie wieder mehr auf Instagram postet. Tut dieses Update Sarah Fiener-Wollni weh? Der Countdown läuft. Wer kein RTL Plus ehemals TV Now, hat und die ersten beiden neuen Folgen von die Wollnys, eine schrecklich große Familie noch nicht in der Mediathek anschauen konnte, muss sich nur noch zwei Tage gedulden. Dann geht es auch auf RTL 2 mit Staffel 16 weiter. Fans dürften dem Start der neuen Episoden bereits entgegenfiebern, denn die Wollnys waren zuletzt auch in den sozialen Medien recht inaktiv. Gewährte die XXL-Familie rund um Sylvia Wollni ihren Fans früher vor allem auf Instagram viele private Einblicke, posten die einzelnen Mitglieder in letzter Zeit primär Werbekontent, um sich etwas dazu zu verdienen. Überraschendes Update um Peters und Sarah Fiener-Wollnys-Tochter Hope Angel Sylvia Umso erfreulicher war es, dass Sarah Fiener-Wollni sich kürzlich bei ihren rund 600.000 FollowerInnen und Followern meldete und ihnen einen Schwank aus ihrem Leben erzählte. Dabei ging es um Töchterchen Hope Angel Sylvia, die am 23. Juli 2023 das Licht der Welt erblickt hat. Nun hat Sarah Fiener-Wollni einen Meilenstein verkündet. Nein, auf die ersten Schritte lässt das rund sieben Monate alte Kindmama noch etwas warten. Dafür soll sie nun aber ihr erstes Wort gesprochen haben. Dabei wiederholte sich anscheinend ein Phänomen, das auch bei ihren großen Brüdern Emory und Casey zu beobachten war. Genau wie die Zwillinge, war das Erste, was Hope sagte, nämlich nicht Mama, sondern Papa. Wer nun glaubt, dass Sarah Fiener-Wollni es als Beleidigung empfindet, dass sie sich leider kein Mama entlocken lässt, der ist jedoch mächtig schiefgewickelt. Der Stolz auf ihre Kleine ist Sarah Fiener deutlich anzuhören. Auch Hubs erstes Wort nicht Mama, statt sich zu ärgern, dass Papa Peter-Wollni die Lorbeeren erntet, dürfte Sarah Fiener-Wollni froh und dankbar sein, dass sie mit ihrem Göttergatten einen Mann an ihrer Seite hat, der viel und gerne Zeit mit seinen Kindern verbringt. Auch von anderen Familienmitgliedern hat die 29-Jährige viel Hilfe, denn auch Oma Sylvia-Wollni verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihren Enkelinnen und Enkeln. Kalanta Wollnys Tochter Katalea alias Püppi adoptierte Sylvia sogar, machte sie damit zu ihrem zwölften Kind. In Folge 2 der neuen Staffel von Die Wollnys, eine schrecklich große Familie ist zudem zu sehen, dass sich auch Schwester Estefania Wollni mächtig einbringt. Die 22-Jährige ist neben Sarah Gin Wollni das einzige Kind von Sylvia und Dieter Wollni, das noch keine eigenen Kinder hat. Folglich werden ihre Dienste als Babysitter oft in Anspruch genommen. Die Geduld der jungen Sängerin ist schier unendlich, trotzdem kommt es in Episode zu einem üblen Konflikt mit Mutter Sylvia Wollni, weil diese dem Liebesglück mit Freund Ali im Wege steht. Höchst Wollnys Tochter Katalea